So, hier haben wir natürlich wieder mal zwei Täubchen hier aufgegabelt. Ja, mein Mäuschen, wer bist denn du, mein Mäuschen? Wie heißt denn du? Ne, das war rot ich nicht. Verrat's ja nicht. Okay, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Wie heißt du? Eine Biene. Eine Biene. Wann, 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 du, schieß mir die Mütze ab. Wo kommt ihr denn her? Aus Gausch. Aus Gausch. Die Metropole. Häschte ist doch vor Ort von Gausch, gell? Häschte. 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 Aber ihr seid ein Häschte. Ja. Die geilste Bademanneltour weltweit. Ja. Wir möchten auch unsere Moorblume grüßen. Okay, die Moorblume. Komm her, mein Blümchen. Moorblume. Komm her, mein Blümchen, du. Scheiß mir die Mütze voll, du. Hier ist Moorblume. Du kommst auch aus Gausch. Also, ich bin eigentlich aus Sils, aber mein Freund, der spielt in Völkersweiler Fußball. Hochleber Fußball. Hochleber Fußball. Hochleber Fußball. Hochlebt SVV. Wir singen noch einmal. Die VIP. Die VIP. Hurra. Die Spieler von SVV sind da. Okay. Ihr dürft noch Leute grüßen. Grüß, wen du möchtest. Ich hab keine Bock mehr. Ich grüße meine Mama und meine Schwester. Und du? Klapp, klapp, klapp. Du grüßt niemand mehr. Und du grüßt mich, der Christian Werner in Sils. Nee, den kenn ich gar nicht. Den kennst du gar nicht. Du bist kein Sils mehr. Ich grüße noch meinen Schatz, die Chrissi. Chrissi, schieß mir die Mütze weg, du. Ich grüße, dass du zu Hause bist, genau.